Der vorletzte Tag des Jahres. Hier ist die beste Gute-Nacht-Geschichte aus dem Juni. Ab ins Bett, 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 der Kinder-Podcast. Hier ist euer Lieblings-Podcast, hier ist der Ab ins Bett mit der 1222. Gute-Nacht-Geschichte. Vorher kommt aber was anderes, ne? Wisst ihr es? Ja klar. Das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist sie nun, die 1222. Gute-Nacht-Geschichte für Samstagabend, den 30. Dezember. Anna und der kluge Kater Anna ist ein ganz normales Mädchen. Sie liest gerne, sie erlebt gerne Abenteuer und sie verbringt viel Zeit in der Bibliothek. Dort hört sie von vielen spannenden Geschichten. Außerdem ist sie von dem Wissen fasziniert. Es ist ein ganz normaler Tag, es kann sogar der heutige Tag sein, als sie gerade ein sehr, sehr spannendes Buch liest. Plötzlich hört sie ein ganz leises Miauen. Anna schaut sich um und sie entdeckt einen klugen Kater, der steht direkt vor ihr. Und zu ihrer großen Überraschung kann dieser Kater sprechen. Er stellt sich vor als Max und er erzählt Anna, dass er kein normaler Kater ist. Er ist ein ganz besonderer Kater, der dank eines magischen Tranks die Gabe des Sprechens erhalten hat. Max erzählt Anna von seiner Mission, Kindern beizubringen, wie es wichtig ist, neugierig zu bleiben und Wissen zu erlangen. Er ermutigt Anna, mit ihm auf eine abenteuerliche Reise zu gehen, bei der sie ganz viele neue Lektionen und aufregende Dinge erleben werden. Na, da zögert Anna zunächst. Aber ihre Neugier und ihr Verlangen nach neuem Wissen das überwiegt und sie beschließt, Max auf seiner Reise zu begleiten. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise durch magische Welten. Sie treffen auf verschiedene Tiere, die ihnen wichtige Lektionen beibringen. Zum Beispiel lernen sie von einem weisen Eulenpaar, das Wissen und Bildung der Schlüssel zur Entwicklung des eigenen Potenzials ist. Die Eulen reden so geschwollen, dass Anna es kaum versteht. Später treffen die beiden noch eine freche Affenbande. Die zeigen ihnen, dass Teamarbeit und Zusammenhalt entscheidend ist, wenn man neue Herausforderungen bewältigen möchte. Anna und Max erkennen, dass Freundschaft und Vertrauen die Grundlage für ein erfolgreiches Zusammenleben sind. Während ihrer Reise sammeln Anna und der Kluge Kater auch verschiedene Bücher und Schätze des Wissens ein. Sie verstehen, dass man aus Büchern sehr viel lernen kann und Anna merkt, dass sie die Geschichten, die sie liest, in ihrem Kopf weitererzählen kann und daraus können neue Abenteuer entstehen. Am Ende kehren Anna und Max zur Bibliothek zurück, wo sie ihre Reise auch begonnen haben. Sie haben viel gelernt und sie fühlen sich viel reicher. Reicher aber nicht an Geld, sondern an Dingen, die wirklich wichtig sind. Reicher an Wissen, reicher an Freundschaft und reicher an Abenteuern. Anna ist dankbar für diese Lektion, die sie gelernt hat. Und Max freut sich, dass er Anna mit auf diese Reise nehmen konnte. Heute haben Anna und der Kluge Kater wirklich viel über die Welt gelernt. Auch was es bedeutet, Neues zu lernen. Mit jedem neuen Abenteuer lernt man nämlich mit dazu. Anna wurde durch diesen Tag heute noch neugieriger und aufgeschlossener. Und als sie abends vor dem Einschlafen im Bett liegt, da weiß sie, sie wird immer neugierig bleiben. Und außerdem weiß Anna genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen. 18 Uhr. Ab ins Bett.net. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020